Musik Rewards of Babylon Die ersten 8 Schritte Wir kreuzen den linken Fuß über den rechten, der rechts zur Seite, links dahinter, rechts zur Seite. Ein Crosschaffeln mit links beginnt, den linken Fuß weit über den rechten kreuzen, den rechten dahinter einlocken und noch einmal den linken nach vorn. Und ein Seitrock mit rechts, den rechten Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und zurück. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Den rechten Fuß über den linken kreuzen, links zur Seite, rechts dahinter, links zur Seite. Ein Crosschaffeln mittelrechts beginnt. Den rechten Fuß weit über den linken, den linken dahinter einlocken und noch einmal den rechten etwas nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn, machen eine halbe Rechtsdrehung und setzen den rechten Fuß hinten ab. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte. Ein Shuffle vorwärts mit links. Links vor, rechts ran, links vor. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn und machen eine halbe Linksdrehung. Ein Shuffle vorwärts mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt setzen wir die linke Ferse vorn auf und machen eine Viertelrechtsdrehung. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und den rechten Fuß hinten absetzen, das Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte ist ein Coaster-Step mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten ran, den linken Fuß nach vorn. Ein Seitrock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln. Ein Cross-Shuffle mit rechts beginnt. Den rechten Fuß weit über den linken. Den linken dahinter einlocken und den rechten Fuß noch einmal nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite, machen eine halbe Rechtsdrehung und setzen den rechten Fuß auf. Und das Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 Und jetzt viel Spaß beim Tanzen. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen.